In absolut ruhiger, gehobener und gewachsener Nachbarschaft befindet sich diese außergewöhnliche Immobilie. Durch die zeitlose Bauhausarchitektur in Kombination mit der Split-Level-Bauweise erwartet sie hier eine einzigartige Villa für gehobene Ansprüche. Die überdurchschnittliche Grundfläche des Hauses bietet Platz für große Familien und lässt auch Raum für beispielsweise eine teilgewerbliche Nutzung. Übrigens, eine liebevolle Renovierung vor ca. 8 Jahren brachte das Haus auf einen zeitgemäßen Stand. Besondere Highlights sind neben einem Einlieger- und Wellnessbereich auch die beiden riesigen Dachterrassen für puren Sonnengenuss sowie der uneinsehbare Garten. Gerne stehen wir Ihnen für ausführliche Informationen auch persönlich zur Verfügung.